Pressemitteilungen schnell selber schreiben. Pressemitteilungen, PR, müssen nicht teuer sein. Das Verbreiten im Internet ist bis zu 98% ohnehin kostenlos. Nur einige Anbieter, die dabei allerdings besondere zusätzliche Leistungen anbieten, erheben dafür eine kleine Gebühr. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher. Hier möchte ich Ihnen eine ertragreiche Möglichkeit für die fast kostenlose Präsentation Ihrer Dienstleistungen, Ihrer Internetseiten oder Produkte vorstellen. Beauftragen Sie jedoch Redakteure oder Presseportale, dann kommen schnell etliche Euros zusammen. Mit etwas Übung und den praxisbewährten Vorlagen des Pressemanagers können Sie selbst professionelle und spannende Pressemitteilungen schreiben. Der Pressemanager, Pressemitteilungen schnell selber machen, hat alles, was Sie brauchen, um im Internet schnell bekannt zu werden wie ein bunter Hund. Dabei spielt es keine Rolle, welches Produkt, welchen Artikel, welche Leistung Sie im Netz der Netze verbreiten wollen. Jede Leistung kann über PR-Texte oder Fachartikel rasend schnell im Internet verbreitet werden. Mit dieser hervorragenden Plattform Internet ist heute jeder in der Lage, seinen Bekanntheitsgrad schnell zu vergrößern. Jeder, der speziell nach Ihren Angeboten sucht, wird Sie dann auch finden. Mit nur einer tollen Nachricht können Sie schnell gefunden werden. Das fängt in Ihrer Nachbarschaft an und hört bei potenziellen Kunden in Flensburg im Norden bis hin zum Bodensee im Süden, von Aachen bis Görlitz in Deutschland noch lange nicht auf. Auch Europa und sogar weltweit wird man Sie finden. Sie selbst kennen doch Ihre Angebote und Leistungen am besten. Machen Sie also PR-Arbeit zur Chefsache und nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten ganz einfach mit dem Pressemanager. Mit dem Pressemanager können Sie all Ihre Pressemitteilungen einfach selbst erstellen und im Internet in den entsprechenden Presseportalen verbreiten. Ihr großer Vorteil Regionale und überregionale Verbreitung Ihrer Leistungen, Artikel und Produkte Zielsicher potenzielle Kunden finden Ein schneller und großer Bekanntheitsgrad ohne großen finanziellen Einsatz Keine langen Vorlaufzeiten bei der Platzierung im oberen Bereich in den Suchmaschinen Hohe Besucherzahlen auf Ihrer Homepage Preiswerte Verbreitung Ihrer Angebote und, 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 und so weiter Sie sparen hohe Werbekosten durch Agenturen Teure Werbeschreiber oder Redakteure Teure Suchmaschinenoptimierer, die schwerfällig Ihre Angebote im Internet nach oben bringen wollen Sie schreiben Ihre Pressetexte automatisch nach redaktionellem Standard Denn der Pressemanager berücksichtigt formale und inhaltliche Vorgaben, wie sie bei der professionellen Pressemitteilung üblich sind Die enthaltenen Mustervorlagen können Sie auf Ihre Bedürfnisse einfach umschreiben oder umbauen Ihr großer Vorteil Ihre Texte müssen von den Redaktionen nicht überarbeitet werden Übrigens, die Pressemitteilung können Sie selbstverständlich beliebig oft korrigieren Jetzt fangen Sie selber an, spannende und professionelle Pressemitteilungen im Internet zu verbreiten Sie werden bedeutend mehr Umsatz machen und dabei viel Geld sparen Damit Sie schnell ein Profi-Texter werden, bekommen Sie diese E-Books kostenlos dazu Erfolgreich werben, 12 sein Online Geld verdienen, 7 sein In 30 Minuten zum Profi-Texter, 19 sein Flüssige Texte für trockene Themen, 62 sein Mehr Besucher durch Artikel schreiben, 11 sein Der Weg zum erfolgreichen Internetgeschäft, 17 sein Wirb oder stirb mit erfolgreichen Werbetexten, 71 sein Weitere kostenlose Informationen finden Sie wie immer auf der Erfolgs-Online Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher Und denken Sie daran, niemals aufgeben Alfred Polgar bemerkte schon Die Presse hat die Aufgabe, das Gras zu mähen, das über etwas zu wachsen droht Bleiben Sie stark!